Wir haben tolle Nachrichten für alle Industrien. Ab sofort können IOs dezentral und jederzeit frei konfigurierbar integriert werden. Richtig, unsere SIMATIC Compact Field Unit, kurz CFU genannt, enthält jetzt konfigurierbare IOs, optional mit Hard-Protokoll. Das erhöht Ihre Anlagenflexibilität drastisch, reduziert Kostendruck und macht Ihren Anlagenalltag noch einfacher. Wie ist das möglich? Ganz einfach. Die CFU Configurable IO Hard-Entkoppelt Hardware vom Software Engineering. Es stehen 16 Kanäle zur Verfügung, von denen jeder ein analoger Eingang, Ausgang oder digitaler Eingang oder Ausgang sein kann. Egal was, dank Late Binding können Sie mit Ihrer Bestellung beginnen, bevor Sie 100%ig wissen, was Sie benötigen. Sehen wir uns das mal an. Hier haben wir einen Wassertank, bei dem Sensoren für Durchfluss, Temperatur, Füllstand und ein interner Mixer mit Motor integriert werden müssen. Eine klassische dezentrale Installation. Nichts einfacher als das. Sie müssen nur das zweiadrige Kabel in die Push-In-Klemmen an der CFU CIO Hard stecken. Das war's. Zweiter Schritt, da das Gerät vollständig Software konfigurierbar und nicht von zusätzlicher Hardware abhängig ist, haben Sie die Möglichkeit, die Signaltypen direkt in der Software festzulegen. Kein weiterer Aufwand, fertig. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen nicht nur unnötige Verkabelung zu vermeiden, sondern auch das Ersatzteilhandling zu verbessern. Dieser optimierte Ansatz senkt Ihre Vorlaufkosten und spart Nerven. Die Compact Field Unit CIO Hard, ein Meilenstein. Flexibilität und Effizienz in der Anlagenplanung, Reduzierung von Ersatzteilen, Zeitersparnis in der Projektabwicklung. Und Sie sparen Kosten, nicht zuletzt, weil wir die CFU zu einem sehr attraktiven Preis anbieten.